Und yo Leute, was geht ab? Wir spielen wieder eine Stunde CSGO. Heute mit dabei mit dem Till. Mit dem Fabi. Mit dem Peri. Und mit einem Abonnenten, der Skylimit ist. Leider nicht ein Team. Das ist gut. Aber ich werde beschossen auf B. Ich sehe es. Jetzt sind da die Sintrasen. Nein, ich bin da unten gefallen. Oh mein Gott. Zwei Leute auf B. Die spielen mega offensiv. Das ist auch sehr extrem. Wieder mal zu Donne. Fabi, die Nasse. Hinter A ist einer. Zwei auf dem A-Sport. Einer noch auf dem A-Sport. Der einer ist rechts von dir in diesem Mittelgang. Der kommt von hinten. Bleibt da stehen. Bleibt da stehen. Der ist rechts von dir. Auf A. Ist der Letzte. Schleich einmal außen entlang am besten. Der ist irgendwo auf dem A-Sport ist der. Schleich rechts entlang und dann versucht den von hinten zu bekommen. Nicht da. Nicht da lang. Nicht da lang. Genau da. Geradeaus. Der wird da vorne irgendwo links in der Tür sein. Ja, links. Counter-Terrorist-Win. Schade. Wollen wir sagen, der Till, der hat kein besonders gutes Headset. Der hört also die Leute nicht. Deswegen... Naja, nicht so gut. Deswegen versuchen wir da ein bisschen nachzuhelfen. So, Granate. Genau, da sieht man auch nochmal das Ranking. Also, wir haben zwei AK-Spieler. Parry und ich. Die anderen, die sind zweimal Gold Nova Star 1 und einmal so ein... Silber 4. Silber 4. Ich glaube aber, das ist das gute Silber. Ach, ich habe mir gedacht, dass ich die Rushen bin. Die Mitte gerusht. Noll. Von hinten oder wo? Ne. Ja, da sieht keiner von hinten aus. Boah, ich hoffe, das ist jetzt wieder ein bisschen. Skylimit geht mit der Diegel. Habt jetzt schon drei Kills gemacht. Holy moly. Irgendwo hier ist einer noch auf B. Wie viele Leute leben noch? Einer. Einer. Terroristen gewinnen. Sauber, der Skylimit. Find ich schnell eine Waffe für mich? Keine Waffe für mich. Schade. Kaufen wir uns eine Waffe? Ich glaube, ich spare noch 9-10, oder? Obwohl, die alle haben gekauft, dann kaufe ich auch. Also auf B spielen die sehr offensiv. Das ist gut, wenn ich vielleicht eine AWP habe. Ich spiele jetzt auch mal mit Flash. Die müssen jetzt keine Waffe haben, weil die eben gekauft haben. Ich spiele die Flashback. Die kann man echt, bei der Map kann man echt überall durchschießen. Oh, oh, oh. Da hab ich schon gesehen. Immer noch auf B. Einer ist tot. Noch einer tot? Problem. Der ist da rum. Nein, der hat mich bekommen. Eieiei, hat der mich noch bekommen, war ich zu greedy. Egal, ich kaufe mir nochmal eine Waffe. Hatten die gerade Waffen? Ne, ne? Ne. Und MPs hatten die. Das heißt, die haben teilweise nicht auch. Okay. Ich versuche diesmal über die Mitte lang zu gehen. Ich habe hier so einen coolen Spot gefunden mit Jumpen. Auf A ist mindestens einer, den habe ich gehört. Auf B ist einer down. Zwei sind B. B könnt ihr blenden. Hab einen bei B. Bei B ist noch einer. Wo? Rechts außen. Der ist in die Mitte gelaufen. Er ist in der Ponte. Spot, 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 spot. Okay, defused. Gut gemacht, gut gemacht. Holy moly. Holy moly. Jetzt nochmal die Waffe. Die Pistole. Ja, mal schön von den Gegnern die Pistolen aufheben. Ich gebe euch die Bombe mit. Ich gebe wieder mit. Weil ich glaube, der hat nicht gesehen, von wo aus ich kam. Ich habe hier den mega über... ...hyper Geheimgang gefunden. Mega, duper, hyper Geheimgang. Neues Wort. Nein, der hat nicht gesehen. Wir haben Waffen jetzt. Einer in der Mitte. Einer wird hier außen. Okay. Und nach rechts aus mit der Awe. Oh, Skylament hat die Awe. Ja, der mit der Awe ist down. Jetzt spielst du geile mit der Lein. Ich könnte mir eine AWP kaufen ohne ein Schild. Was meint ihr? Dann könnte ich außen die wegholen. Ich versuch's mal. Dann gehen wir außen nochmal. Versuch den Sniper wegzuholen. Dann macht langsam, macht langsam. Wir picken einfach. Die sind schon durch. Bei B außen. Ich muss mir eine neue Position einfallen lassen. Außen AWP down. Noch einer auf B down. Ich bin geflasht. Einer ist bei B immer, wenn ihr hoch guckt. Wenn ihr reinkommt, sofort links oben in der Ecke. Einer ist bei A down. Hm. Du bist auf A? Bombe ist auf B down. Ich guck mal, dass ich... Der war bei A. Hm. Oh Gott. Ich hab ein kleines Problem, weil ich hab kein Schild. Ich kann nicht in den Pistol Fight gehen. Ich hab ein Leck. Oh mein Gott. Ich denk mir die ganze Zeit so, Schild, Schild. Du meinst Rüstung. Ja. Kevlar. Kevlar. Ja. Da oben ist immer einer in der Ecke. Da ist die Bombe. War der doch da unten, ne? Nein. Ich kann... Ich hab den nicht durch dieses Gitter gesehen. Ich wusste, dass er da unten war, weil der mich von Daos angeschossen hat. Aber ohne Kevlar hab ich keine Chance gegen ihn. Die Bombe lag da mega unglücklich. Der hätte überall... Ich dachte, er wäre irgendwo da vorne. In diesem Glasfenster. Konnte ich aber nix machen. So gucken. Die Bombe muss am besten immer safe irgendwo lang laufen. Einer ist in der Mitte. Ah, Einer ist rum bei B. Kommt auf A, kommt auf A, kommt auf A. Drei Mitte. Zwei noch. Einer ist noch mit. Ja, ich konnte ja nicht über die Stimme. Da waren drei Stück. Okay, die haben die Bombe, ne? Ja. Hm. Hm. Gegen AWP einfach mal Druck machen. Sobald ihr einmal verschießt, habt ihr freie Bahn. Dann wird ja so ein... Dann verfallen jemand in Panik-Modus. So, ich geh jetzt mit der AWP mal Mitte. Dann lass uns diesmal A anpeilen. Aber langsam. Weil ich weiß, wo einer mal in der Mitte hingeht. Den könnte ich mit der AWP wegholen. Wenn ich Glück hab. Angeschossen, angeschossen. Kacke, ich hab ja nur angeschossen. Einer ist A auf dem Dach. Einer ist... Kann nicht wahr sein, ne? Von hinten, von hinten. Fuck, von überall. Ah, stand ich mega beschissen mit der AWP. Musste ich durch alle Objekte durchschießen. Und am Anfang noch mega Unleaky verfügen. Ich kaufe mir noch mal AWP, dann lass wir wieder außen lang gehen. Also auf B. Auf A haben die sehr schnell verschoben. Dass sie alle... Vor allem kamen die von hinten. Das ist aber, glaube ich, eine ziemlich ausgeglichene Map. Also, ich glaube nicht, dass die CB-lastig ist oder die B-lastig. Auf B ist einer. Unten drin. Der ist immer da unten auf B. Macht langsam, wir gehen langsam vor. Oh, ein Wiederverfehl. Einer ist Mitte. Pass auf, Fabi, hinter dir ist einer. Gibt's doch nicht. Die kommen von überall. Einer war, von denen mega angeht wird. 10 HP oder sowas. Oh, leil. Mein Mega Chi-Map nicht kennen, ey. Ich glaube, der Waffenswitch gehört. Ja, denke ich auch mal. Ich versuche mal mit einer Pistole. Ich versuche mal A durchzueruschen. A sollte eigentlich gehen. Die werden verschieben, weil die nicht die Bombe getrunken haben. Ich habe geplantet. Keiner noch. Keine Muni mehr. Einer ist hinter A. 80 HP. Bombe ist geplantet, ne? Ihr könnt passiv spielen. Einer kommt von hinten. Parry. Will ich nix machen. Okay, läuft vorbei. Bombe liegt ziemlich mittig. Hey, ich habe gedacht, ich könnte die Bombe gleich von da sehen. Ne, dafür habe ich sie blöd gepenntet, leider. Ich koche mir nochmal eine AK. Ich werde nochmal Mitte versuchen, den Mitte, den Sniper auszuschalten. Weil dann haben wir schon mal einen Runner weniger. Wie ist mir ist der gar keiner? Mitte, einer down. A, einer down. 2 gegen 2. Mach langsam, mach langsam. Ich gehe A von hinten. Blende bei A von vorne. Jo, kannst blenden. Bei uns, beim Spawn. Bei uns, beim Spawn. Der kommt von unserem Spawn aus. Kommt von außen. Hm, ich bleibe einfach hier drin. Jo, jo. Der hatte hier eben eine M4-Pusti hin. Voll, die ist aber weit weggeflogen. Good job, Kale. Security Room. Ist zu. Gut gemacht. War ein schönes 2 gegen 2. Ich versuch wieder mitzugehen. Manchmal passen die dann nicht auf. Throw to the coin. Einer ist auf A down. Wir können auf A gehen. Wir können auf A gehen. Einer war noch auf A. 2 sind auf A down. 2 sind auf A down. Nein, hinten ist noch einer drin. Hinten. Ganz hinten. Den habe ich gerade getötet. Aber das ist ein neuer nachgekommen. Okay, dann ist nur einer auf A. Dann verschiebt. Ja, die Bombe liegt. Ja, okay. Ah, der hat mich auch. Ist ganz hinten links. In der Mitte oben. Die Bombe liegt eigentlich mega dumm da. Okay, 1 gegen 3. Die Bombe liegt. Die Bombe rade ich hier mitten bei den Gegnern. Konnte man nicht mehr holen. Ich habe jetzt eine AWP. Ich versuch mal auf A zu AWPen. Wenn die da kämpfen, dann kann ich da ja ein bisschen gegensnipern. Lass ganz langsam auf A gehen. Wer hat die Bombe? Perry hat die Bombe. Lass mich am besten vorgehen. Steck mal nach hinten ab. Ja. Einer ist da. Wo ist der? Spawn. Da, wo der ein... Wo den eingetrifft ist. Ist zum Spawn weggerannt. Okay. Bomb has been planted. Nein. Oh, ich habe auf die Minimap geguckt. Wir sind am Spawn. Till, der wird dich da holen. Der wird dich da holen. Oh, ich wollte gerade gucken, ob einer nach hinten abdeckt. Weil ich hatte die perfekte Position, um zu beschützen. Und ich wusste nicht mehr, ob du nach hinten guckst. Da wollte ich gerade auf die Minimap gucken. Und dann höre ich einfach nur den Schuss von dem. Aber der WP-Typ von dem ist richtig schlecht eigentlich. Ich würde den mega gerne holen. Ich spare jetzt nochmal auf eine AWP. Oder kannst du mir eben eine holen, Till. Du hast den Geld. Ja, sehr krank. Ja, danke. Dann lass nochmal auf A, aber langsam gehen. Wir kämpfen wie aus. Hier liegt eine Waffe, bitte. Till. AWP ist down. Das ist immer die Bombe. Ja. Ich bin da auf einen Spot. Ist down. Auf A Spot. Irgendwo da war einer. Lasst durchlaufen, lasst durchlaufen. Warte. 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 Nein, da ist immer noch einer. Hinter A. Ich habe beide Sniper wieder ausgeschaltet. Das Problem ist, wir müssen dann sofort mega schnell auf den A Spot, bevor die verschieben. Ich rush diesmal mit der Bombe auf A. In den Mittelgang. Aber ich habe keine AWP, also pass auf den Sniper auch. Parodiner. S.G. Ab und an. Zwei sind down. Noch einer down. Das war ich. Yes. Ich habe auch drei AP. Guckt einer von hinten? Oder nach hinten? Ich bin einfach gerade drinnen. Okay, dann gucke ich nach hinten. Ja, der ist hinten. Hinten ist down. Ich habe den letzten. Oder Fabian hat den. Ich habe den noch mal grunde geholt. Das war meiner. Jetzt die zweite Runde, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir so gut decken. Ich gehe auf A oben. Ich gehe auf A oben. Okay. Okay. Let's go. Okay. B-Bombe. 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 Ich bin auch jetzt auf B. Ich komme von der an Spawn auf B. Ich wechsel nochmal zur A nicht, dass sie auf A gehen. Obwohl die Bombe liegt. Hier ist diese Autopistole, falls sie eine haben will. Nein, ich mag FF7. Gut, auf jeden Fall auf B verteidigt. Ich gehe jetzt wieder zu A. Dich Flash auf A immer auszunehmen. Jo diesen Bombe. Die Bombe ist nicht mit A. Einer ist schon vor A, vor dem A-Spot. Der hat mich beim A-Spot, ja. Einer könnte von hinten kommen. Dann ziehe ich unsern vor. Okay. Der Tasse. Jo. Ist down. Das war mit der Tasse. Ich habe nur noch 2 HP. Ich weiß nicht, das war in diesem Zorn. Unser Zorn. Ich habe nur noch 2 Schuss und 1 HP gehabt. Ich habe mit 1 HP überlebt, ey. Ich habe mein Leben gerettet, Alter. Der ist quasi tot gewesen. Du brauchst eine Waffe? Nein, ich habe schon. Okay. Nein, 4 kann ich mir noch leisten. Versuch so halb passiv zu spielen. Am besten immer in Kopfhöhe, dass wenn die reinkommt, dass du den gleichsam in den Headshot drückst. Dass du 2 Leute mindestens wegholst. Dann liegen wir ganz gut. Fabi hat einen Kill, nein? Komm, über Mitte. Einer ist erreicht außen. 2 sind da, pass auf, 2 sind da. Einer hat angehittet. Habein. Einer ist da noch, hinter dem Container. Nice. Puh, das sieht gut aus für uns, das sieht gut aus für uns. Jetzt müssen die Waffen haben, jetzt müssen wir aufpassen. Pass besonders auf die AWP auf. Die haben 2 Leute, die spielen so gerne mit der AWP. Let's go, let's go, let's go! Ich habe eine Luftwaffe. Nee, das ist halt sehr lustig eigentlich. Noch einmal treffig? Oder einen? Einen C? Ja, nicht unbedingt einmal. Aber öfters schon. Einer rechts außen. Ah, der hat nicht. Einer im Intel, rushed oben durch. Ist über dir Fabi, da oben drin ist ja. Ist auf B. Hat 8 HP. Ist irgendwo auf B. Mit einer Schallgedämpfenden MP. Seten. Sind beide durch den Spot gelaufen. Äh, Richtung Spawn. Richtung unseren Spawn Fabi. Okay. Schade. Ich wurde gerusht. Die kamen durch den super duper geheimen Gang, den ich erfummt habe. Ah, und einer gegen zwei kamen von rechts außen. Ja. Ich habe jetzt AWP auf A. Ich ja auch. Ich mit der aber nach rechts außen zu A. Hm, AWP. Zwei AWP sind blöd auf A. Aber passt schon. Dann gehe ich nach oben einfach. So, gucken, dass sie uns nicht wegrushen. Bei Richtung A gelaufen. Einer A. Und geflasht. Wir sind schon auf A drauf. Ah, der hat mich da einem. Die sind rechts außen schon. Ah, das ist halt das blöde bei zwei AWP. Da kann man jetzt nichts gegen machen. Ja. Bombe ist in der Seite. Wo ist die Bombe? B Seite. B außen. Okay. Ich komme hier nicht mehr weg. Die haben mich eingecampft. Wir haben da alle nix. Ich bin jetzt da. Und da unten ist einer. Genau in der Bombe. Unter der Treppe. Ich weiß aber nicht, wo der zweite war. Jetzt habe ich meine AWP verloren dadurch. Phil, bleib mal lieber bitte bei der... Bei einer Waffe, die Dauerfrei machen kann. Weil sonst rushen die uns einfach auf A durch. Das... Fuck. Ich habe einen P7. Ich kann mir jetzt die MT holen. Let's get this done. Einer mindestens bei A. A ist einer down. Wer war das? Noch einer auf A. Die sind durchgerushert. Weil der müsste aufm A-Spot... Oder? Nee, da bist du nicht. A-Spot bin ich. Grenade out. Wir haben wieder eine AWP. Komm zur B Seite. Komm wieder. Komm wieder. Die AWP ist in der Mitte. Einer kommt noch. Einer ist bei denen am spawnen. Einer hat auf A verschoben. Bleib da campen noch ein bisschen, Till. Bei denen am spawnen. Läuft über Mitte. Warte einfach. Wenn du gleich um die Ecke guckst, dann siehst du den gleich. Der wird an dir vorbeilaufen. Der wird zur Bombe laufen. Der hat noch. Ah, 30 Leben. Bei einer WP am besten niemals verziehen. Weil sonst... Kann dir einfach erzielen. Immer in Bewegung bleiben so. Dann. Ich versuch mal... Hier. Wieder eine Dauerfreie Waffe. Die B90. Die gute alte B90. Mit dem Dragon Muster. Die spiel ich aber auch eigentlich die ganze Zeit, wenn ich kann. Was halt für die braucht man weniger aimer. Kannst einfach Dauerfreie Dauer halten. Das finde ich cool. Vor allem bin ich hier an sich sehr stark. Die Bombe auf dem Arm. Die Bombe auf dem Arm. Dann noch. Rechts. Fabi. Beide rechts. Na, K. Will die jemand? Jaja. Ah, ich nehm. Ich kauf denen auf die neunicin. Jo. Sieht gut für uns aus. Wir haben jetzt wieder kein Geld. Der hat mir gerade wieder Waffen gekauft Und er schließt unentschieden Wir kommen zur Richtung B Ok, ich komme zu B Bombe B 1 in der Mitte 1 in der Mitte 1 in der Mitte Das ist eine epische Diegel Aber sie sind voll die Hitsflieger Aber lol, sie hat den Trick Wir versuchen 1 in der Mitte 2 in der Mitte 2 in der Mitte 2 in der Mitte Bin ich allein noch? Ah ne, ist gar nicht gegangen Da habe ich keinen gesehen 2 in der Mitte Wir sind noch im Spawn Hör doch nichts Lass sie wieder campen BOMOB da Wir haben die AWP's Wir campen hier vor dir 2 in der Mitte Ich komme Skylimit zu Hilfe 1 in der Mitte Down Sie kaufen sich Waffen ohne Armour Das heißt, ihr könnt auch auf die Beine schießen Oder so Ihr macht vollen Schaden Ich glaube ich habe ihn mit zwei Schissen auf die Beine getötet Aber ich hatte den Maus schon da für eine Asi bekommen Deswegen machen wir das ja normalerweise immer so dass man Wenn man hingeht und So lange saft Dass man Schutzkleidung Also Kevlar Und Ne gute Waffe kauft Eine gute Waffe alleine reicht meistens auch nicht Die B-spot Die B-spot Die B-spot Die B-spot Die B-spot Oh, sorry Oder eins Be-spot B-spot 2 3 gegen 2 Warte, hab ich verscheint Ich flasche Der ist außen. Er hat eine Arme. So. Ich hab einen Defuse-Gid. Oh, ich hab einen Defuse-Gid. Puh! Komm mal, habe ich hier mitgenommen. Eine Bienen-Wabe. Ich mag die ABP nicht, mega hässlich. Jetzt, zwei Leute, äh, zwei Runde. Schaffen wir. Folgen wir. Lass dich mal auf A eben alleine, ne? B. B. Ich komme auf B. Mit einer down. B wird geplantet. Zwei auf B down. Zwei leben noch. B. 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 Jaaa Rechtsaußen ist einer B, links außen ist einer Einer kommt mit, äh einer, ja genau Bombe down Bombe in der Mitte Rechts außen ist noch einer Von uns haben spawned, irgendwo Hat sich Bombe gewirkt GenioV oder B und Ja Bombe down Ist der letzte, Team 2 Einer war im spawnen Spawns? Ja Könnte aber auf A gegangen sein Boom Oh, nice Junge, 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 das war ein Game Jo Leute, danke fürs Zusehen Ich hoffe, CS hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen da oben da Oder einen Kommentar Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte DayZ Video Und unten habt ihr den letzten TTT Part Haut rein, schönes Wochenende euch